Blizzard ist ein leistungsfähiger Hotliner in Elapor-Technologie. Atemberaubende Speedflüge sowie bestes Gleiten garantiert das nur 8,9% dicke Flächenprofil. Auch das Thermikfliegen kommt nicht zu kurz. Durch das geringe Gewicht und die optimierte Aerodynamik kann der Blizzard mit so manchem Wiesenschleicher mithalten. Dabei zeigt sich das Modell besonders kunstflugwillig und kann mit hochgestellten Querrudern gebremst und damit butterweich und langsam gelandet werden. Vielen Dank.